moin leute herzlich willkommen zu einer neuen folge macwarrior 5 clans und ja ihr wundert euch vielleicht über den kleinen sprung wir sind level 11 ich wollte gerade ein paar folgen fertig machen und musste leider feststellen dass wodurch ein absturz des spiels mein mikrofon nicht mehr mit aufgenommen wurde weil rtx wo es sich verabschiedet hat dementsprechend machen wir heute ein bisschen anders wir gehen über den sympath und die kampagnen mission die ich machen wollte war erst superiority also nehmen wir die mit und müssen wir eben unsere lanze umstellen lasst mich nachgucken womit ich gedruckt bin eben ins wir hatten eine stelle kette dabei ja ein hellbringer ein hellbringer wir hatten eine nova und der letzte war der mit dog das passt auch in die simulation sehr ärgerlich das ganze ab und zumindest können wir die nachholen cobalt one ready yourself for drop the enemy will be waiting for us cobalt we will hit them fast and we will hit them hard show no mercy as the galaxy commander said cobalt is online and operational jaguar one multiple enemy contacts detected at the first target base we are monitoring significant heat spikes that are picking up strength sounds like it won't be long until the bombers blow out of here luckily these dragons are too fuss they will surrender eventually this is our destiny it is just a matter of time until they understand that you have more optimism there than i do ja ja es gibt jetzt additional mission parameters dadurch darf wir über den simpod gehen es ist halt ein bisschen schwerer wir haben nicht nur die stock lowloads aber das ist ja ehrlich gesagt doch alles egal gut 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 und schauen wir mal ob wir noch so haben wolverine kann ich hier überhaupt irgendwie weit ich habe keine jump jets stopt euch mal den wolverine klatsch wir haben wo da wir sind genau da und stopt den light tank auf gehts oh okay die sind äh wir müssen weiter um auf gehts oh na auf gehts die sind das ein Was ist das? 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 Ist ja wohl der Sympot Da gewinnen wir ja nix durch wenn wir ja die Supply Cache scannen Wir haben die Abenteuerung, die sich um die Abenteuerung, Cobalt Unless wir wollen, dass wir unsere exakt Position müssen wir sie in ein Stückchen Ist das die Defensive, die sie zusammengebracht haben? Es scheint... Light Was ist das? Das ist das, warum sie die Bomber nicht brauchen. Wir machen sie für ihre Mäcke. Die Bomber nicht. Die Bomber nicht. Die Bomber nicht. Wir halten sie. auf 10 auf 10 auf 10 ja 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 auf die Bombers zack 1 warte mal, wir fehlen gerade wieder ein, welche Missionen da waren in ihren Systemen. Es gibt eine Konsole in deiner Nähe, Cobalt 1. benutze es! Es gibt einen Weg, um diese Systeme zu kontrollieren. Ja, Jaguar 1 Ah Deswegen sind wir noch durch das Gebäude durch Ok, das war halt nicht weil ich scannen sollte Wo ist das wohl nicht? Ach, da ist auch noch was, ok Ah, vier Scanpunkte, das sieht schon eher danach aus was zack 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 wooooooon Das sind Freunde Und da landet ein Jenner Man sollte auch den Scan-Mode wieder ausschalten, ne? Ok WLM 15 Schön nah ran Kann er nicht schießen Hi 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 So Zack weg Zack Ab auf den Jervisch Und die AC-20 hat verloren War das, ehrlich gesagt, das Wichtigste von dem Ja Ich hätte einen anderen wegnehmen sollen oder Loadout anpassen sollen Ja, super Ja Jetzt auf Auf Ja War das Dann zwei Wahrscheinlich hat er einfach so geschossen 25 sekunden noch durchhalten Naumi? Oh, Naumi sieht nicht gut aus. Du da rein. Du da rein. Oh, ich kann mit dir das tun. Du da rein. Du da rein. Ach komm jetzt habe ich wieder diese blöden Fehler Zack komm Power ab Sehr gut Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Und so? Okay Aber Wo soll ich stehen? Ja ihr kümmert euch mal eben da drum Ich hole mal eben schnell die Secondary Den 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 Ja das ist wahr Wo soll ich stehen da? Ich bin gleich wieder bei euch Oh Gut Deine Depots sind noch intact Und ich dachte die Piraten hatten eine bestimmte destruktive Strecke Äh Alle auf Zu mir So Okay Gut Haben wir auch Wipe out the Rio Gava Elements Machen wir Oh Ei 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 Keine Ahnung was du warst aber du warst schnell weg Sehr schnell weg Na nicht ruckeln Na gut Das dort Na gut Na gut Na gut Na gut Na gut Na gut Und 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 Den Die waren nicht so schön Der wird Ah Oh John Ja, ich komme nicht hoch genug, verdammt. Kommt schon, holt euch das Ding an. Ah, ich hink fest. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Oh, ich treffe. Ich sag. Ja. das hat doch wunderbar funktioniert das gibt extra experience okay und damit bis nächste woche quatsch bis zum nächsten mal auf klein und damit bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal